Norddeutscher Rundfunk 2021 Es tut mir leid, wir gehen vorhin. Matthäus ist okay. Das ist ein Timer in den Bergen. Ein bisschen arbeiten, ein bisschen runterkommen. Grifst du noch? Nein, nein. Was ist los mit dir? Komm zurück! Machst du mal, was machst du? Hey! Ich habe keinen Aufmerksamkeit. Hey! Hey! Hör du gut mit der Zeit! Hör du hart mit der Zeit! Wauw! 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 Untertitelung des ZDF, 2020